Ja, ich freue mich heuer ganz besonders auf die österreichischen Medientage. Nicht nur wegen der neuen Location, sondern vor allem, weil es so eine spannende Zeit ist. Wir haben alle gerade gelesen, dass ein Gamble hat in den USA 100 Millionen aus ihrem Online-Budget gestrichen, ohne irgendwelche Auswirkungen in den Umsatzzahlen zu sehen. Und daher freue ich mich ganz besonders auf den Dr. Gerhard Fritsch von der SPAR, der uns aus der Sicht des Unternehmers, des Budgetverantwortlichen, einen Einblick geben wird, wie er mit diesen ganzen unterschiedlichen Untersuchungswerten aus der Medienanalyse, aus dem Teletest, aus der österreichischen Web-Analyse umgeht. Und ich freue mich darauf, euch und Sie alle auf den Medientagen zu sehen.